Die Diamant-Handrutscher von Joke bestehen aus einem Schaumstoffkörper mit einer diamantbeschichteten Schleiffläche zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen. Da sie sehr flexibel sind, lassen sie sich auch an schwer zugänglichen Stellen wie auch Ecken und Kanten hervorragend einsetzen. Sie eignen sich zum Entgraten, Schärfen von Werkzeugen sowie allgemeinen Entfernen von Defekten. Das Befeuchten der Schleiffläche mit etwas Wasser verbessert den Schleifprozess. Die Handrutscher sind in mehreren Abstufungen in den Körnungen 60 bzw. die 250 bis 1500 bzw. die 7 erhältlich. Sie können daher sowohl für grobe wie feine Arbeiten eingesetzt werden. Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, sprechen Sie uns gerne jederzeit an oder besuchen Sie unseren Shop.